Ich bin der Andi Überbacher aus Imst in Tirol. Ich bin eigentlich relativ spät zum Musikheiß gekommen. Ich habe erst mit 15 Gitarrespielen angefangen. Und habe eigentlich gestartet als Gitarrenrodi, Gitarrenstimmen, Gitarrenwerfen. Das hat es zu dieser Zeit noch gegeben bei den professionellen Rockbands. Bin dann später auf München gegangen, Gitarre studieren, ins Münchner Gitarreninstitut. Habe dort mein Diplomstudium gemacht. Und ich habe dann angefangen, Lehramt zu studieren. Und bin mittlerweile in der Musikmittelschule in Imst tätig. Also in meinem Hauptberufsfeld als Lehrer. Also ich habe immer schon den Drang gehabt, eigene Produktionen zu machen. Und habe auch in der Schule, in der Musikmittelschule, drei große Musicalproduktionen selber produziert und geschrieben. Ich liebe es, in der Natur draußen zu sitzen, Gitarren spielen und etwas Neues finden. Und da habe ich natürlich mit der Birgit eine kongenielle Partnerin. Weil wir uns eigentlich immer an, wenn wir Songwriting betreiben, immer an wunderschönen Plätzen treffen. Sei das in Irland oder in Oberösterreich oder in der Steiermark. Wie gesagt, wir haben uns getroffen in Sligo am Bahnhof. Und eigentlich, ja, bla 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 bla. Es ist schon losgegangen und wir haben uns eigentlich sehr, sehr gut verstanden. Bezieht bis da das Projekt richtig geboren worden. Der musikalische Input kommt zuerst von mir, von der Gitarre. Ich klimper dann vor mir hin. Ich hocke da in der Wiese. Sie steht neben mir oder hockt neben mir mit einem Textblock und fängt dann an schon schreiben. Ja, dann ist immer dieser kleine Moment, wo es dann zündet. Ja, genau dahin soll der Song eigentlich gehen. Das Ammonit Songs from Deep Inside ist das erste Album. Das heißt, die Gitarrenarbeit und Bass und Gesang haben wir bei mir aufgenommen. Und Schlagzeug haben wir beim Freund im Studio in Telps aufgenommen, beim Thomas Tschucknall. Das ist der Bruder von Michi Tschucknall, ehemaligen Staminia-Sieger. Wir sind einmal mit der ersten CD sehr zufrieden, auch von den Resonanzen, wie die Leute darauf reagieren. Naja, also gute Freunde sagen mir nach, ich bin eher mit nichts zufrieden. Nicht aber zum Schluss ein Hänger. Darf ich nochmal stimmen? Das ist ein Miniat, glaube ich, im letzten Anfang. Also ich kann schon ein bisschen früher anleiten, aber als letztes noch ein Sing. Bei mir helfen habe ich verliegt. Ich glaube, ich habe mich in den letzten Jahren schon entwickelt, darin gehend, dass ich schneller zufrieden bin. Ich habe das erste Album schon lange nicht mehr angehört, muss ich sagen. Also ich höre es hier und da in verschiedenen Radiosendern. Ist eigentlich eine runde Geschichte geworden. Für das erste Album müssen wir zufrieden sein. Und wir sind Gott sei Dank umgeben von wirklich sehr, sehr tollen Musikern, die menschlich absolut einen super Input geben. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir das nächste Album live einspielen.